Ich hasse es. Äh, Katzen geht's gut, Crimson. Danke. Freche Viecher. Das sind freche Viecher. Versuchen bis hier lang. Oh, das war das. Oh ja. Oh ja. Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Japp. Kommt nur für die PS4, Unshadow 4. Glaub ich. Ja, ja, ja. Das ist Drake. Er hat ihn nicht gefunden. Er ist hier gestorben. Ja, ja. So viel zu großem. Sein Leben vertan. Für gar nicht. Nate. Können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Es muss doch hier rausgehen. Das Herz des Schatzlagers. Aber auf YouTube. Erstmal Päuschen. Und hier im Stream. Gibt was zu gewinnen. Und zwar müsst ihr mir folgende Frage beantworten. Ich werde sie gleich mal posten. Ich werde erstmal kurz einen Tweet verfassen. Da müsst ihr mir darauf antworten. Die Nummer 15, die richtig antwortet, bekommt das Spiel. Und äh. Oh, ich habe noch ein paar zu viele Anführungszeichen, oder? Ja. Habe ich wohl. Habe ich wohl. So. Oder so. Und hier im Stream kriegt es auch nochmal. Bup. Ihr postet mir das auf Twitter. Und die 15. Antwort gewinnt. Ihr könnt da das Spiel bekommen. Und wir sehen uns in zwei Minütchen wieder. In zwei Minütchen. Los. In zwei Minütchen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Irgendwie nicht, ne? Will, glaube ich, keiner. Hellrocks ist Nummer 8. Ich mache, machen wir die Nummer 10 jetzt. Komm, die Nummer 10, die ist postet, gewinnt. Keine Doppelten werden übrigens akzeptiert. Die warten alle. Ja, das kann innerhalb von Sekunden gehen, also... Die warten alle, ja. Ich sage ja, es ist auch ein doofes System hier mit Twitter. Okay, flauschiges Blutbad hat gewonnen. Ich nehme jetzt einfach flauschiges Blutbad, weil sie ist die Nummer 10. So. Nummer 15 dauert mir jetzt zu lang. So. Bitteschön, flauschiges Blutbad. Viel Spaß mit dem Spiel. Gut. Machen wir weiter. Ja, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt ewig warte. Okay. Okay. Das Herz des Schatzlagers. Das war's. Es hat beides gestatten bei Entwickler, von daher. Auf Steam. Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Also die Antwort sollte schon richtig sein. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Ja, weil Matti hat sich eine Pflaume in einem Herrenhut gewünscht quasi. Hallo Jungs. Ja. Ruhig, Eddie. Ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh nein. Oh Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Oh nein. 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 Eddie, komm wieder her. Oh Mist. Rick, falls wir hier nicht rauskommen, nur dass du's weißt. Ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bring wir's hinter uns. Oh oh. Das war 1998, Dorbohm, meinst du? Mach's los. Mach's los, da seid ihr runter. Schnell. Mist. Oh oh. Mist. Total verrostet. Es... Es bewegt sich nicht. Oh, die Mistviecher. Da sind wir noch was. Ich war mehr Schrot. Hier immer laufen, das ist am leichtesten. Los geht's. Das ist die Stelle ja gar nicht so schwer, wenn man nur läuft. Das hab ich nämlich auch extrem gehasst. Oh. Da hat einen nämlich schon Eintreffer getötet, glaub ich. Dann hab ich diese Technik entwickelt. Immer weglaufen. Und dabei ballern. Oh oh. Oh. Oh oh. Wie geht's dir das? Oh. Wie sagt ihr hässlichen Konyok? Konyok. Ja habt ihr nicht anders gefällt? Oh. 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 Eddie. Eddie, ein Neus. Oh. 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 ja auch und trotzdem ist die Szene richtig doof mollige Wendigos naja die sind ja muskulös ich hab nur Schrot, jetzt könnte ich mal kommen hier Herr Prieger oh Gott wo die Waffen auch immer herkommen fragt man sich schon ne ja 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 Wendigos muss man mit Feuer töten, genau ich schwing dich rüber festhalten hallo Kenji komm Elena oh 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 los 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 was zum Teufel war das ich weiß nicht ich weiß es nicht bei dir alles klar ja Nate ok hier kommen sie bestimmt nicht durch Nate was wo sind wir Ich weiß nicht. Los! Wow. Das erklärt das U-Boot im Amazonas. Nate, hierher! Schau doch mal! Die haben ihn gefunden. Sie haben das Lager aufgebrochen und leergeräumt. Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wenn die Statue jetzt dort sein soll, dann müssen wir genau darüber gewesen sein. Ich schätze, damit kommen wir hoch. Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ach, Mist! Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Wir rausfinden. Nicht schlecht. Okay, gehen wir. Nein, du gehst alleine, Cowboy. Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht. Ich lasse dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern. Wir haben keine Wahl. Schalte den Strom ein und komm mich dann holen. Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon. Ich bin gleich wieder da. Ja. Uiui. Au. Ich bin gleich wieder da. Fuck. Nein, nicht so ganz, ne? Muss ich da hoch? Achso, ich muss hoch. Muss gar nicht runter. Na dann. Mach ich das doch mal. Koks und Messen. Gut. Wow. Uh, das war knapp. Der ist aber ein Springensfelder, ne? Der kann das. Der Nate. Oh Gott, oh Gott. Ich wäre ja schon tausendmal gestorben, ne? Wahrscheinlich nur. Ich würde ja nur sterben an seiner Stelle. Juhu. Das war zu früh. Ich habe jetzt irgendwie schon früh einen Abgrund gesehen. Wow, nochmal. Okay. Tolle Checkpoints übrigens. Immer noch. Gerade bei so einer überhaupt nicht fehleranfälligen Kletterei hier. Uh. Kein Kommentar. Ne, Nanook, muss man nicht. Muss man nicht. Uh. Uh. Das ist so knapp hier jedes Mal. Nate bräuchte den Sand der Zeit. Ja, das wäre richtig gut, Rias. Den Sand der Zeit für Nate. Das wäre perfekt. Einfach perfekt. Das können leider nur Mods für Rechamp, dieses Quote. Well. Jetzt habe ich aber einen Checkpoint, oder? Hey, hörst du nicht. Sullivan, melde dich. Hey. Melde dich. Ach, es nützt nichts. Ich habe hier drin keinen Empfang. Ist das so? Übertrieben sexy aus. Auf dem Rummelplatz. Dem Rummelplatz. Hattest Arct-Boots. Und ne Leggings an. Was? Ruhe. Wird wieder sagen, tu das. Es geht was guter. Ja, Runabout Jan. Ja. Was zum Teufel war hier los? Man fühlt sich einfach unwohl dabei, verstehst? Also so, nicht unwohl, aber so. Es ist halt. Wie viel Muni ich dafür kriege? Wie viel Muni? Ja, das Setting ist richtig gut. Die kriegen das gut hin mit dem Horror. Tanz, tanz, tanz. Oh, da ist nichts Gutes. Ja. Leider nicht. Die sind aber auch ganz schön gruselig, die Viecher, ne? Oh, oh. Ich weiß aber eigentlich noch, dass ich hier lang musste. Ich glaube, ich musste rechts lang. Was, was, was? Ich muss weiterlesen. Goldene Affenfigur. Man. Jetzt ist leider zu spät. Ich kann es nicht mehr lesen, Kenji. Aber ist okay. War nett von dir gemeint, glaube ich. Bam, 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 bam. Wie gut, dass hier überall noch so Dinge rumliegen, ne? Die Munition, die... Ohne die wäre ich jetzt schon tot. Muss ich nicht nach rechts gehen? Hä? Ich bin nach der Meinung, nach rechts gehen zu müssen hier. Okay. 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 Dann doch nicht. Ne, da komme ich wieder zurück, oder? Ist das nicht der Eingang? Das muss der Generatorraum sein. Oh, ich weiß noch, ich hatte damals beim ersten Mal hier, hatte ich richtig Angst, ne? Ich hatte richtig Schiss. Die Viecher, die haben mir echt ein bisschen Muffensausen gemacht. Das weiß ich noch. War rechts hart. Diese Stelle hier. Achso. Casey Rebel und Lion. Geil. Ein Glück. Hm, einen haben wir schon mal. Jetzt wird's krass, glaube ich. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist so mies. Dann werde ich damals ihren Freund weiterspielen. Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Stelle ist echt mies. Au. Lass mich los. Die Tür da oben auf. Ne. Ne, die kommen jetzt. Wow. Au. Lass mich hier raus, bitte. Ja, ja, ja. Wow. Zwei Treffer. Schönes Vorlesplay für Halloween. Ja, ich hab ein paar Spiele, Sammy. Slammy Tammy. Ich hab ein paar Spiele. Boah, ich hab... Okay. Ja. Hau ab. Oh, Gott. Da kommen noch mehr. Weee. Nein. Das ist so übel. Übelstelle hier, ne? Vor allem, weil man halt echt nichts hier wegkommt. Was? Au. Lass mich. Die Granaten bringen mir hier fast gar nichts Das ist voll mies Siehst du alles Slammy Tammy In meiner Projektliste Da stehen die alle drin in meiner Projektliste Die noch kommen Oh Gott Oh Gott Fiese Mistviecher Ja ja Das wird langsam zu einem echt miesen Tag Zum echt miesen Horror Trip meinst du wohl Oh Mann Die Viecher haben sie erledigt Ja Wie komme ich hier wieder raus Ich glaube ich muss nur den Funken folgen Oder den grünen Lichtern Ne da ist es doch schon Easy Einmal bla 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 So heißt der glaube ich Der von Galileo Einmal bla 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 Am 31.10. die Nacht durchmachen für euch Was ist denn das für ein Tag? Samstag Das könnte ich sogar Ich könnte es sogar ein bisschen länger machen Ich könnte ja vielleicht am Samstag schon streamen Halloween und so Oh ne Horror Spiele Mal gucken Vielleicht sogar Ein bisschen mehr als nur 1, 2, 3 Stunden Mein Ende naht Muss ich mir jetzt sagen Ob ich Lust drauf habe Die Teufel jagen mich im Dunkel Das Gold von Eldorado ist mit einem Fluch belegt Die Spanier entfesselten die Hölle Und wurden zu Dämonen Meine Männer sind alle tot Ich muss es allein vollenden Kein Schiff wird diese Insel verlassen Ich habe alle zerstört Und die Stadt überschwemmt Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen In meiner letzten Stunde Empfehle ich meine Seele Gott Erbarme dich dieses unheiligen Orts Francis Drake Mein Gott Nur wenn ich mich nicht verkleide Hatte ich auch nicht vor Wo im Panda Kostüm Ne Ah na da geht es weiter Okay Okay Ow Ow Muss ich da jetzt wieder raus oder was Achievement Achievements sind geil Oh doch Hier kann ich raus Oh ja Die haben sich echt immer was einfallen lassen Für Uncharted Für die Biester die hier kommen Ne Was Ein Stitch Kostüm Okay Persephone Achso Lilo und Stitch Ne Ein Stitch Kostüm Wie waren das hier jetzt Oh Das Willst du jetzt It Jers Ich Ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mach was Schönes. Was? Wo denn? Na? 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 Das ist immer noch für eine gute Idee, mich anzugreifen, wenn die Viecher da rumlaufen. Ja? Das ist eine super Idee, ne? Die sind immer ein bisschen besser als die MP4, oder? Oh, mach du mal. Wow. Schön, dass wir uns einig sind, dass die Dinger noch eine größere Bedrohung darstellen als ich, ne? Also nichts, meine ich. Oh, oh. 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 Wie kann man denn so gut zielen mit nem Gamepad, sag mal? Vor allem der zuckt die ganze Zeit rum. So, wo liegt denn jetzt meine MP4 oder was auch immer? Liegt gar nicht mehr, das ist gut. Ist schön. Ist schön. Hab ich nicht mehr meine Waffe. Oh. Oh. Gut. Nur weil die aus dem 2. Weltkrieg ist, muss die auch nicht schlecht sein. Hauptsache sie schießt, ne? Schießen und töten. Boah. Jetzt hab ich ja gar keine Munition mehr dafür. Du, 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 du. Ja, der Sommer war echt nicht schön dieses Jahr. War viel zu warm. Oh. 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 Weiß er ist. Knusper, knusper. Jo, durch die Wand schießen. Moin, kann ich auch. Nein, kann ich nicht. Oh, von oben. Von wo denn? Hallo. Jetzt ist er weg, oder was? Okay. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute, dass ich nicht von dem Monster gefressen werde. Ich bin gleich wieder auf dem Chat. Hallo. Freut ihn euch. Unheimliche Drecksfieger seid ihr. So, jetzt, hey, die halten aber auch alle aus, ne? Okay. Bam. Okay. Oh Gott. Du bist weh. Nate, mach den Lauf weg. Wie viele? Ich werde die Trauger noch nicht tauschen. Ja. Wow. Ich brauche die Muni. Oh. Hi Chewbacca. Ja, ist klar. Nein. Das Ding schießt so lang. Die scheiß Dragunov. Och nee, nicht alles nochmal, oder? Ach komm. Nein. Leg ihn um. Nein. Äh, sieh. Nein. Na auch mit einem blöden... Der mit seinem dummen Laserpointer, ne? Die ganze Zeit fummelt er da rum. Da hätte ich jetzt gut für die Dings gebrauchen können. Nein. Nein. Dragunov. Nee, da kommt noch mehr. Das ist schon... Das ist schon... MJ... 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 Viel Spaß mit deinem Schatz kuscheln und so. Hallo Schwein. Jetzt. Es war's das. Jetzt war's das für dich. Nein, vielleicht auch nicht. Boah, dieses Schwein, ne? Das hat mich die ganze Zeit Nerven gekostet. So, komm jetzt. Rüber da. Nee. Muss ich auf das U-Boot? Nee. Darin. Wollte schon sagen, das U-Boot wäre jetzt wieder mein Tod gewesen. Die Schütze in der Wahrheit. Böse Erinnerungen, ja, so war. Richtig übel. Also auf dem höchsten Schwierigkeitsgehalt. Ich glaube, ich habe hier eine Stunde gebraucht. Das hat mich so genervt. Da war ich richtig böse. Da war ich richtig böse. Sully, bist du da? Sully, melde dich! Gott sei Dank, Nate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Ein Goldbaran. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Mother Base. Ich brauche Nachschub für die Mother Base. Oh, nee. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal richtig... Oh Gott, diese Stelle. Ich glaube, das war die, die ich nochmal richtig gehasst habe. Was wärst du bereut? Wir gehen nötig. Oder? War das nicht die? Oder hatte ich die schon? Nein. Nein. Achtung! Im Laufen trifft er jeden einzelnen Schuss. Verdammt. Jeden einzelnen Schuss. Das will ich sehen, dass jemand das schafft. Im Laufen. Ist klar. Wie wäre es mal in Deckung? Wow. Oh nein. Ja, das ist echt so. Im gleichen Moment, wo ich dann L2-Druck bin, bin ich tot. Das ist so lächerlich. Na komm. Komm schon. Nein. Nein. Haben wir nur Granaten fletschen jetzt. Mir egal. Klingt halt nix. Ein Schuss mit der Schrot. Es ist diese Stelle, die ich so gehasst habe, Leute. Es gibt so Stellen im Spiel, die sind einfach nur scheiße. Weil mich, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, auf so einen Schwierigkeitsgrad solche Stellen einzubauen. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Keine Gefeinde. In Ordnung. Komm, schieß erst mal. Genau. Genau. Verdammt. Ich bin schon wieder mit seinem Laserpointer, als wüsste er genau, wie ich hier sitze. Der hat mich noch nicht mal gesehen. Zwischen die Bähne. Da ist er. Das war's doch noch nicht. Verarsch mich nicht. Das war's jetzt noch nicht. Oh Gott. Nicht sterben. Nein. Ja, wenigstens von hier diesmal, ne? Oh nein. Oder ein Schloss ins Gesicht reicht auch. Das hab ich ganz vergessen. Natürlich. Dankeschön. Nein. Stirb jetzt. Ich dachte, war's schon tot. Nein. 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 Das ist so tot zum Kotzen. Nein. Wenn ich nicht. Okay. Bei dir knallt's gleich. Okay. Wo sind sie? Ich seh' keinen mehr. Die halten richtig viel raus. Die wissen nicht, was sie anrichten könnten. Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow. Wie bitte? Keine Zeit. Wir müssen zu der Kirche. Nein. Haben wir nicht. Spannende Goldkirche. Meine Güte. Das ist aber auch krass hier, oder? Die Gegner dürfen nicht von der Seite kommen. Stellt euch das hier mal vor, auf dem Allerhöchsten, wo wirklich eins bis zwei Schüsse immer töten. Ich mein, ich hab jetzt schon vier gefressen und war auch direkt tot, aber... Ich mein, vier Schüsse, das ist eigentlich in echt, wäre das schon auch ein bisschen zu viel, ne? Wie ging's denn hier nochmal weiter? Sully. Wie jemand geht zur Unzucht? Ich wollte schon eben sagen, was ist das denn? Nope. Danke, Marie. Da fliegen Controller. Ja. Ne, bei mir eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht so soweit. Ich mach dann irgendwann einfach nur aus, weil ich keinen Bock mehr hab. Wenn's mir zu stressig wird nach mehreren Versuchen, dann mach ich einfach nur aus. Irgendwann ist halt der Case Gesse. Das ist der Case Gesse. Ähm. Joa, ne? Und nun? Da rein. Ne, ein bisschen zur Kirche hieß es doch, oder? Und da hoch. Das Spiel hätte mir ruhig schon mal einen Hinweis geben können. Boah, 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 boah. Ja, muss grad lachen. Verdammt, sie sind überall. Bleib zurück, Sully. Richtig. Ey, ganz ehrlich, ich könnte mal aufhören jetzt mit einem Scheißgranat. Kanaten-Scheiß. Ich mach voll auf den Nerv. Nein. Oh, du Penner. Ey. Das reicht mir. Stattlich sterb ich jetzt, aber... Oh, das war es mir wert. Durch dir meine Prügler, du. Ach, komm. Oho, oho. 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 So. Nee. Nee. Ja, scheiße. Hä, wenn man keine Granaten richtig werfen kann. Was? Bist du bereit. Das bin ich durch. Halt den Kopf unten. Was? Lauf nicht so doof rum Boah, meine Fresse Was für ein Abschnitt, oder? Was für ein Abschnitt Da werde ich ja mal salty bei so einem Scheiß Meine Güte Hass Das spiele ich nie wieder Die Stelle spiele ich nie wieder So, was ist noch, Muni? Das Hass pur hier Das ist echt So, noch ein paar Granetchen Gab's hier noch was? Nein, danke so Das ist zum Kotzen Ne, also die zweite und dritte Zweite und dritte spiele ich definitiv nicht auf schwer Das könnt ihr so knicken, ne? Rollt und Knochen Kannst du mir sagen, was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht hier wegschaffen, Sully Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt Was? Er ist verflucht oder so Oh, nee Um Himmels Willen Ich weiß, das klingt irre Du musst mir einfach vertrauen Muss er Moin Ich glaube, hier gibt's bald wieder Geballer Und ich hab keine Lust drauf Das in der Kirche eben war echt übel Boah Das ist ein Scherz Goldschädel, Rosenkranz Wie heißt dein Freund von LIA? Kenji, haha Genauso können wir das auch machen Nee, Quatsch Soll ja schon eine reelle Chance sein für jeden Nee, Olli, Olli Ist ein kleiner 2D-Plattformer-Reaktionsspielchen-Dingelhopper Ist ganz lustig Alles Gute Sie beide sollten langsam wissen Dass ich auf alles vorbereitet bin Weg mit den Waffen Da rein Keine Dummheiten, bitte Oder sie wird sterben Eine X-Card Nun, entschuldigen Sie mich Ich bin gleich wieder da Wie großartig Ein Meisterwerk So etwas habe ich noch nie gesehen Das ist nur eine Hülle Der wahre Reichtum von Eldorado Liegt im Innern Haha Öffnen Sie es Oh mein Gott Show him Tschau, Slayer und da So wenig Fantasie tschau es lehren da ich bin der einzige auf dieser insel der überhaupt weiß was er tut ihr seid einfach nur blind alle ihr streitet euch um unbedeutende schätze weil zwei kommt ja da habt ihr eine ahnung was das wert ist beim richtigen käufer was zum teufel ist das das sind die spanier sally sie waren nie weg gott wenn es die insel verlässt du musst ihn stoppen ich geb dir dick oh ok also man darf jetzt nicht ins wasser springen wenig fehlinformiert ich habe schon alle 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 halo teile gespielt deswegen muss ich dann nicht erst noch zwei oder dritten spieler 5 ja komm schon diese schrotflinte die ist so langsam war hat mir keine automatische halo 2 fand ich ehrlich gesagt nicht so gut knack das war der erste teil der für pc rauskam fand ich ehrlich gesagt ziemlich freudig dankeschön das ist jetzt wieder noch zu merken danken voraussied 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 live gaming voraussied voraussied entschuldige voraussied 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 mit und das mit Navarro hier wird echt übel ich saß hinter der Kiste oder? Navarro macht nämlich immer so ein 3er Schuss und dann ja der letzte Entrifter auf jeden Fall perfekt. Einfach perfekt. Man fächert ist dann nämlich die Kiste direkt weg. Ich wollte doch mal die Schrotflinten. Hey Spacko! Da ist es wirklich so, ja? 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 Das ist kacke. Man hat echt nicht viel Zeit, das hier zu machen. Wenn die Kisten nämlich nicht weg sind, dann ist man tot. Das ist alles great! Oh! Oh! Ah! Ah! Okay, ich hab zu früh... Naja... Los geht's! Ah! 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 Ich krieg dich! Schuss fertig... Come'n kleiner Navarro. Man kriegt hier eigentlich kein Checkpoint. Fände ich super. Das ist so dumm. Man hat hier kein Checkpoint. Man muss alles am Stück schaffen. Das ist schon ein bisschen warmwitzig hier, ne? Was glaubst du, was ich hier mache? Aus der Deckung heraus schießen oder wie sieht's aus? Das ist nicht reich dann, Muni, ne? Ich stirb jetzt. Bleib doch mal jetzt oben, wenn der andere grad aufhört. Aufhört. Wie denn? Wie denn? Ich war doch... Ich war doch nicht mal angeschlagen. Das ist unglaublich, ne? Jetzt glaub ich gar nichts mehr, oder? Ne. Boah, meine Güte, dieser Abschnitt. Abschnitte. Wichtig. Wichtig. Ja, das ist gut. Meine Fresse. Lauf, Navarro. Lauf, lauf. Habe ich jetzt hier wenigstens einen Checkpoint? Bitte. Ich habe nicht reagiert. Ich habe gerade auf den Chat geguckt. Oh gut, ich habe hier einen. Kein Glück. Okay. Ich habe ihn. Du hörst mir. So, Navarro. Ich glaube, ich muss jetzt ein paar Quicktimes streiten. Dann habe ich es gewonnen. Meine Fresse. Du entkommst mir nicht mehr. Navarro. Ich muss mich konzentrieren jetzt, Kinder. Ja. Oh nein. Und jetzt? Ich habe dich. Wie funktioniert das nochmal? Oh. So nicht. Oh. Oh. Oh, Leute. Fragt doch nicht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß jetzt bitte. Seid mal so gut. Ich muss mich konzentrieren. noch mal Falsch, Trangiert. Mach einfach. Und jetzt schon mal schemes. Bunt. Und jetzt schon sehen, was ich überzeugen. Sie sind mit mir. Echt. ich hab drei gedrückt aber ist egal ist egal ja ich bin so über die ganze scheiße im chat geschrieben wird mit fragen die mir jetzt total egal sind sorry muss mich konzentriert diesen blöden navarro zu besiegen oh gott du brenner gesicht du arsch ich hab drei gedrückt nur mal so ich hab doch gewusst welch drücken muss der knopf geht nicht du gehörst mir wer die kiste noch zerschießt krankenwagen fast perfekt kannst du drücken wie du willst ist es scheißegal das muss perfekt sitzen es muss perfekt sitzen dieser spass auch schwer ist das spiel echt keine freude frame perfekt das ist echt so ja darf ich ja danke jetzt hat es gepasst muss genau wenn der knopf aufleuchtet muss man drücken sonst ist zu spät zum erlena 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 oh gott erlena komm her schon kannst du stehen schon ok mir geht's gut alles ok naht naht Adios, Mistkerl. Oh, mein. Oh. Hey. Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Danke. Hier, ich... So ein Dreck auf Schwer nie wieder. Ich dachte, das vermisst du vielleicht. Weißt du, wie ich mich damals geärgert habe auf diesem Erbarmungslos? Danke. Ja. War furchtbar. Ihr habt vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sully! Wow, du... Siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Äh, wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sully, du bist ein verdammter Teufelskerl. Die Piraten, von denen ich's hab, brauch uns bestimmt nicht mehr. Hm. Hm. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Was? Ich bin noch nicht sauer. Ich bin froh, dass ich's durchhabe. Nee, das war echt... Das war nicht schön. Auch schwer nicht nochmal. Gut, das kann ich sogar abkürzen. Cool. Dann machen wir noch ganz kurz... ...den Anfang vom zweiten Teil, Leute. Vom zweiten Spiel. Hallo. Hallo? Nein. Kann ich das nicht irgendwie...